Was ist die OP-Managerin? Was ist die OP-Managerin? Unser Team besteht aus jungen und älteren Mitarbeitern. Wir sind dynamisch, kollegial, hilfsbereit. Jeder, der Lust hat, kann gerne bei uns hospitieren. Was ist die OP-Managerin? In unserem OP arbeiten wir im Drei-Schicht-Modell, im Früh-, Spät- und Bereitschaftsdienst. Am Wochenende haben wir einen je zwei Stunden Bereitschaftsdienst, der von zwei Teams bestückt ist. Einmal ein gynäkologisches und ein chirurgisches Team. Meine Tipps wären, sei offen, nimm vieles mit Humor und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn ihr jetzt euer Interesse geweckt habt, könnt ihr euch gerne online oder auch schriftlich bei unserer OP-Managerin Frau Nadine Möbius bewerben. Sie wird jederzeit ein Vorstellungsgespräch und Hospitationstag vereinbaren. Dann schaut einfach in unseren OP hinein. Entspricht das euren Vorstellungen? Seid ihr jederzeit herzlich willkommen in unserem Team. Und dann schaut einfach in unseren OP-Managerin.